Doktorfische Akanturide, Länge 20-50 cm Die Doktorfische zeichnen sich wie Falter- und Kaiserfische durch eine hochrückige Körperform aus. Rücken- und Afterflossenbasis sind lang und durchgängig, das Maul klein und endständig. Mit ihren großen Brustflossen manövrieren sie geschickt durch das Riff. Tagsüber schaben sie mit ihren scharfen Schneidezähnen Algen von toten Korallen und Felsen. Am Schwanzstiel befindet sich ein oder mehrere scharfe Skalpelle. Dies ist das charakteristische Merkmal der Doktorfische. Durch starkes seitliches Biegen des Schwanzes springen sie wie ein Klappmesser auf und dienen der Verteidigung. Doktorfische Akanturide, Länge 20-50 cm Die Doktorfische zeichnen sich wie Falter- und Kaiserfische durch eine hochrückige Körperform aus. Rücken- und Afterflossenbasis sind lang und durchgängig, das Maul klein und endständig. Mit ihren großen Brustflossen manövrieren sie geschickt durch das Riff. Tagsüber schaben sie mit ihren scharfen Schneidezähnen Algen von toten Korallen und Felsen. Am Schwanzstiel befindet sich ein oder mehrere scharfe Skalpelle. Dies ist das charakteristische Merkmal der Doktorfische. Durch starkes seitliches Biegen des Schwanzes springen sie wie ein Klappmesser auf und dienen der Verteidigung. atme auf. или Untertitelung des ZDF, 2020